Wusstest du, dass nur noch 40% der Leute in einer Befragung des Statistischen Bundesamtes finden, dass man in Deutschland seine Meinung frei äußern kann? Das ist ziemlich erschreckend, findest du nicht? Dass Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, nur weil sie nicht die Meinung haben, die in der Zeitung steht und die von der Politik verlangt wird? Das findest du nicht gut? Dann wähle am 9.6.2024 Ida in den Heidelberger Gemeinderat. Wir setzen uns für deine Meinungsfreiheit ein.